Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die neuen Regelungen und Vorschriften sowie Gesetze die im Februar in Kraft treten und schauen uns im Detail an was auf uns zukommt. Denn auch dieses Mal gibt es wieder bemerkenswerte Neuerungen die jeder kennen sollte. Wenn euch diese Themen interessieren und ihr alle Neuerungen für Februar erfahren wollt, dann bleibt unbedingt dran. Beginnen wir mit einer Neuerung auf die viele schon gewartet haben, die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr endet. Mit der Begründung, dass sich die Lage rund um Corona nun deutlich beruhigt hätte, entfällt ab dem 2. Februar die Maskenpflicht bundesweit. Einige Bundesländer wie Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hatten die Maskenpflicht in Bussen und U-Bahnen aber ohnehin schon abgeschafft. Auch die Corona-Arbeitsschutzverordnung könnte nach einem Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales nun ihre Gültigkeit verlieren. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Vorgaben zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung am Arbeitsplatz damit zwei Monate früher als vorgesehen beenden. Man begründet das Vorgehen mit der stetigen Abnahme der Häufigkeit und Schwere von Infektionen mit Corona und den allgemein günstigen Prognosen hinsichtlich des mittel- und langfristigen Infektionsgeschehens. Schauen wir uns den nächsten Punkt an, der ebenfalls Masken betrifft. Ab 1. Februar müssen Verbandskästen zwei medizinische Masken beinhalten. Theoretisch gilt diese Regel bereits seit Februar 2022, nun endet aber die Übergangsfrist. Nach den Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung besteht aber keine Austausch- oder Nachrüstpflicht für bestehende Verbandskästen. Die Frankfurter Rundschau schrieb hierzu folgendes. Zitat Doch die Lage ist weitaus komplizierter. Bei der aktualisierten DIN-Norm handelt es sich lediglich um eine Regel, keine Pflicht. Grundlage dieser ist der eingangs erwähnte Paragraf der Straßenverkehrszulassungsordnung, dafür formal verantwortlich ist das Bundesverkehrsministerium. Laut Angaben des ADAC plant das Ministerium derzeit allerdings keine Anpassung des Paragrafen an die DIN-Norm. Deshalb kann in diesem Kontext nicht von einer verpflichtenden Änderung im Auto die Rede sein. Es handelt sich lediglich um eine Regel. Sprich, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen vorerst nicht den Verbandskasten nachrüsten. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Der nächste Punkt über den wir sprechen wollen betrifft die KfW-Förderung von Effizienzhäusern, denn die läuft am 28. Februar aus. Mit dieser Förderung erhalten Bauherren und Immobilienbesitzer günstige Kredite und Tilgungszuschüsse. Dafür muss beispielsweise der Bau oder Kauf eines Effizienzhauses oder eine entsprechende Sanierung geplant sein. Die Höhe des Förderkredites hängt von folgenden Faktoren ab. Die Zeit fasste es wie folgt zusammen. Zitat. Zum einen von den entstehenden Kosten und zum anderen vom energetischen Standard des Gebäudes. Dabei gilt die Regel, je besser die Energieeffizienz, desto höher die Förderung. Für die Sanierung von Gebäuden gibt die KfW einen Kredit in Höhe von bis zu 150.000 Euro und für den Bau oder Kauf bis zu 120.000 Euro. Zum März läuft dieses Programm zwar aus, aber ein neues beginnt. KfN, klimafreundlicher Neubau heißt das neue Programm. Die genaue Ausgestaltung ist jedoch noch offen. Zitat Ende. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das Wind-an-Land-Gesetz tritt in Kraft. Mit diesem Gesetz soll das Genehmigungsverfahren für den Bau von Windkraftanlagen an Land beschleunigt werden. Ziel dieses Gesetzes ist es, dass aus erneuerbaren Energien gewonnener Strom bis 2030 verdoppelt wird. Zudem ist geplant, dass in jedem Bundesland bis 2032 2% der Gesamtfläche für Windkraft reserviert sein muss. Die nächste Änderung ist bereits in Kraft getreten. Denn seit dem 26. Januar sind Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers als Lebensmittel zugelassen. Die beiden Insektenarten sind jedoch nicht die ersten, die als Nahrungsquelle in der EU freigegeben wurden. Auch Heuschrecken und der gelbe Mehlwurm stehen bereits auf der Liste der für den Verzehr zugelassenen Insekten. Doch wenn Insekten verwendet werden, muss das auf der Zutatenliste der Produkte gekennzeichnet sein. Laut der neuen EU-Verordnung steht bei der Hausgrille dann in den Zutaten folgendes, teilweise entfettetes Pulver aus Acheta domesticus. Beim Getreideschimmelkäfer lautet die Angabe, gefrorene Larvenpaste aus Larven von Alphitobius diaperinus. Eine Liste mit Lebensmitteln, in denen Insekten verarbeitet werden können, findet ihr in der Videobeschreibung. Wir wünschen guten Appetit, ZwinkerSmiley. t-online.de schrieb hierzu folgendes. Zitat. Doch so ganz unproblematisch sind die neuen Stoffe in unseren Lebensmitteln nicht. Bereits seit 2018 sind bestimmte Insekten in unseren Nahrungsmitteln zugelassen. Experten warnen jedoch vor einem hohen Allergiepotenzial. Denn es drohen allergische Reaktionen oder Kreuzallergien. Vor allem Menschen, die allergisch auf Schalen und oder Krustentiere, wie Garnelen oder Krebse reagieren, sollten vorsichtig sein. Aber auch eine Allergie gegen Hausstoppmilben kann beim Verzehr der mit Insektenpulver angereicherten Lebensmittel gefährlich werden. Dazu schreibt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, bei Allergien gegen Schalen- und Krustentiere, Hausstoppmilben und Weichtiere kann der Verzehr von Speiseinsekten eine allergische Reaktion auslösen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Der letzte Punkt, über den wir sprechen wollen, betrifft alle Biertrinker, denn diese müssen ab Februar 2023 wegen einer Änderung tiefer in die Tasche greifen. So teilte beispielsweise die Warsteiner Gruppe mit, dass die Flaschenbierpreise um 6,80 Euro pro Hektoliter und die Preise fürs Fassbier um 20 Euro steigen. Von den Preiserhöhungen sind die folgenden Marken betroffen. Warsteiner, Herforder, Frankenheim, König Ludwig, Kaltenberg, Paderborner und Isenbeck. Und zum Schluss noch einmal die Erinnerung bezüglich der Grundsteuererklärung. Eigentlich endet am 31. Januar die Frist für die Abgabe der Erklärung, doch scheinbar läuft die Abgabe nicht so wie sich das die Regierung vorgestellt hat. Nach wie vor haben viele die Erklärung noch nicht abgegeben. Ihnen drohen theoretisch Strafen von bis zu 25.000 Euro. Das Portal Finanztipp hat aber bei allen Bundesländern nachgefragt. Demnach wollen die meisten Länder erst einmal Erinnerungsschreiben versenden. Teuer werden kann es auch, wenn das Finanzamt den Grundstörwert der Immobilie selbst schätzt. Man sieht also, dass sich im Februar wieder einige bemerkenswerte Änderungen und Neuerungen ergeben haben. Was haltet ihr von den bisherigen Änderungen und fallen euch noch weitere neue Regelungen zum 1. Februar ein, dann schreibt uns das unbedingt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 2. 3. 1. 2. 3. 5. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.